Und da sind wir auch schon wieder, meine Freunde, bei einer neuen Folge Let's Play To Get Raterarich mit mir, dem Coffee Knight, dem Kilderzeck und der Minu und ich bin grad im Redefluss, wuhu! Hallo. Du hast gesagt, ich kann mir einen Enterhaken machen, wenn ich nur einen Amethyst habe, aber ich hab einen. Du brauchst ne Kette. Oh, leck mich durch, ich hab doch Eisenketten. Ja, du brauchst nen Haken, du kannst dich einfach nur mit nem Amethyst nasslen. Wieso, ich hatte auch keinen Haken. Hast du immer noch deinen Enterhaken? Ja. Den normalen? Nö. Ja, jetzt denk mal scharf nach vorne, dass du bist. Den hatte ich davor aber auch nicht, weil ich bin ja abgekratzt. Oder du hattest nen Haken bei dem Inventor, und dass du's weißt. Hörst du? Coffee, ich möchte einen Haken haben. Dann, dann bau dir einen, oder klau dir einen, oder so. Oh, arme ich klau dich, Migu. Ja. 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 Hm. Bup, 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 bup. Ich fahr jetzt wieder in die Höhle runter und dann... Welche Höhle? Welche Höhle? Welche Höhle? Welche Höhle? Die mit dem Seil? Ja, einfach... Huiiiii. Ich bin richtig motiviert. Huiiiii. Huiiiii. Da kommt ein Würmchen auf mich zu. Huiiiii. Puppi? Puppi, geh. Puppi, geh. Weiß nicht, wo das Ende kommt. Ich hab ein bisschen Angst. Puppi. Vor allem, dass gleich das Seil nicht mehr weitergeht. Äh, das geht wohl genug, glaub ich. Das geht wirklich... Na, geh weg, geh weg. Nein, 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 nein. Du kannst dir nicht einfach auf der Tasse Tröse ziehen. Guck, guck, guck. Guck, guck. Geh da weg. Ja. Ich hab's gar nicht in der Höhle. Ja. Doch, aber du bist an mir vorbeigelegt, weil hier war nämlich Trimston Ohren, das wollte ich in der Einsammeln. Kommst du dann nach unten in die Pilz-Welt? Ja, da komm ich. Beeil mich. Oh ja, da komm ich. Ja, da komm ich. Oh mein Gott. Wihihi. Du bist so Opfers manchmal, ne? Opfer, Opfer, Opfer. Juhu. Ja, eigentlich würde ich echt danach noch ein bisschen länger aufnehmen. Ich hab echt schon Lust. Ey. Ich hab's da gleich mein Stuhl an. Oh mein Gott. Gehst du? Gehst du auch Schuhe an? Nein, die Katze greift meinen Stuhl an. Ach so. Also meine Kaka. Nein, Scherz. Oh mein Gott. Geht weg von hier. Guck einfach mal die Festung. Ich komm mal. Geht doch. Verdammt. Ey, das sind doch Skelette, ne? Davon picke ich doch Haken, ne? Ja. da kriegst du auch haupt von einem skelett keine ahnung wir folgen mal der wir nehmen davon habe ich genug dabei deswegen warte ich tue mal eben was an das machen naja doch wolken einer flasche ist das hat das sehr viel unterschied zu 3 du hast jetzt du hast jetzt noch den den tor hier den wirbelwind da ja diesen blitz in einer flasche blizzard oder sowas guck dir mal mein pinguin dann kann er eigentlich was geil der schwein beim buskampf auch nur tag gestanden hat nichts gemacht ja geil wie du geil so ich habe was gemacht ja ich habe mir versteckt muss man immer auf die karte gucken okay dann lass doch einfach mal ups 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 einfach doch mal hier lang gehen also oder ist der wo ist denn der killer das ist gar nicht hier nö wo bist du denn weiters weg weiters weg wo kommen hier ist künstler aber bin hier unterwegs hier wird es wieder interessanter naja da geht es runter und da unten ist gerade irgendwas gestorben da oben bist du wieder skelett man komme sofort ich habe immer noch keinen haken doch in den arsch ganz tief und hart bei dir oder hätte ich schon mal Lust drauf das niveau das wieder zu wünschen übrig das niveau hier gibt gar keins wegen euch ich rede nicht von anderen verkehr ich habe auch wir machen keine aufnahme pause wir machen wir auch nicht wir sind doch gerade mit in der aufnahme ich weiß wenn ich jetzt weg gehen würde der schluss hier ist glaube ich noch wieder eine hülle oder weißt du was ey scheiße ich habe pumpen dabei warum die ihre ganzen bomben ich habe welche gebaut ich kann mein boden ja dicke bomben aufhackt dicke arschbomben pass auf pass auf wie viel doof warum wirst du deine bombe hin da ist nichts das war das bringt sich um die bringt wie ich eines tages um ja hier ist so ein ding ich muss auf meine art ich weiß keine bombe jetzt die höhle das schön ist zum tüffel pass auf immer weg da ich werde ich vom hin ich liebe bomben heute wir sind gleich in der hölle wir sind gleich in der hölle ich würde sagen wir nehmen danach noch eine folge auf oder nein ach komm je mehr wir haben das die bessere schluss doch ich kann mich nicht auf den nerven quietsche illegale gewehrteile 25 gold ich kann nicht drauf laufen ok du lass uns mal war ein meteorit ist gelandet was bringt das weiß ich nicht wieso kriege ich überall damage weil das ein schleim war ja ich würde gerne irgendwie darüber du auch gut dann buddeln wir uns warum hast du so ein topas über dem kopf ich würde es auch haben ich habe ganz viele topas gehabt die habe ich konnte ich dann an der crafting station zu einem großen machen und dann hatte ich den auf einmal überm kopf bringt das was ne oder ich habe keine ahnung wahrscheinlich eher nicht es sieht aber lustig aus macht das wenig ins helle licht äh keine ahnung ich habe zwei sachen ausgerüstet die licht machen und so na ich auch na ich hab nur eine warum hast du denn zwei ich hab einfach sofort wenn man in die lava fällt willst du es ausprobieren ne bitte nicht ich weiß auch nicht ob die sachen zum beispiel verbrennen oder so aber weißt du was ey da hab ich schon angst wenn du so lachst du mal alleine weiter ich tu dir doch nichts da kann ich mir nicht so sicher sein bei dir boah boah ich hab selber angst vor dem was ich mache ich finde gut dass die dinge ziemlich abnutzen die ähm hacken tools ja das ist voll gecheatet eigentlich schon ne ich geh mal wieder ein stückchen hoch ich mag das lava gebiet irgendwie gar nicht ich hab die ganze zeit angst dass ich irgendwie in lava reinfalle wo es gibt auch noch irgendwo so einen ganz großen ja der kommt irgendwann einfach so glaube ich einfach so ich weiß nicht von wo wir kamen ich glaube von hier guck doch auf die karte wofür gibt es die dinge denn wir haben ja nichts ausgeleuchtet ich habe auch gesehen die bombe geschmissen au ich mag das dass sie so acht bit musik ist und ah die ist so schön ich bin in eine falle getreten ich mag so musik das erinnert mich so an hupo ich weiß nicht ihr kennt das spiel doch noch ne oder ihr kennt das schon aber das ist ich hatte das früher so für ein gamble color und diese spielt mich so abgefuckt das war so verkackt schwer ich hab das nie geschafft seil es geht ja noch oben auf geht's lass uns die ohrs einschmelzen daraus tolle sachen was hast du denn so gefunden mal nix ich hab gerne an krimsen boah da war eine falle und ich werde fast aufgeladen schul finde ich gut eigentlich schade weil du ja nur fast drauf geladen ist aber trotzdem nicht gut ach so da oben bin ich ne das bist du hä da bin ich da bin ich wo bin ich neu ach du so hä das sieht aus wie ich aber das bin ich nicht schade der den Eimer auf dem kopf hatte ne Wieso? Da waren zwei große Blobs und hier... Eine Goblin-Armee! Oh scheiße, ich will weg, ich will weg! Nein, ich will da hin! Ich bin mir doch nicht so ganz sicher, ob ich da hin will oder weg zu mir. Ja, aber ich habe keine Recall-Potion mehr und ich... Und da hinten ist alles unter Wasser gesetzt und ich habe keine Lust von da aus nach Hause. Oh! Geil! Was? Ich habe mir einen Pilz gebaut! Einen Pilz-Tisch! Oder ein Stuhl? Nein, nicht Stuhl! Du weißt, das Ding, wo du dein Arzt sitzen kannst? Osten ist rechts, oder? Ja! Nie ohne Seife waschen! Äh... Eigentlich... Kann ich hier, glaube ich, nichts mehr vom... Zombie-Armee, ich komme! Goblin-Armee! Was kannst du eigentlich? Na gleich! Eine Goblin-Armee nähert sich von Osten! Ich bin schon unterwegs! Mit Vollgas in meine Karte! Du musst erst mal hier raus, Cabi! Ups, sorry! Eine Goblin-Armee ist da! Oh, sie spawnen auch bei uns! Oh! 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 Da sind sie! Sie schwimmen gerade eine Runde! Die spawnen aber auch in der Bude dran Und komm, die Tür! Oh! Die schießen! Die schießen! Die schiessen! Die schießen zauber... Dings da! Verzieht euch, ihr Huren- Sol- Oh, Mann! Wollt ihr euch das angucken? Die nehmen uns ein Wut auseinander. Da muss ich schon wieder helfen, komm. Alter, was ist hier los? Was geht hier ab? Ich komme. Überall zauber! Entschuldigung, mach den Kinderzwerg nur noch. Wo bist du eigentlich, Kinderzwerg? Ich bin ganz weit rechts. Ich komme! Das dauert noch ein bisschen, ich fahr erst nach oben gerade. Was war das? Ich wollte die mit dem Kart überfahren. Ich spawne jetzt genau da, wo die ganzen Viecher stehen. Sie kommen auf mich rein, ich bin gefangen. Ihr könnt mir nichts. Ich will meine Acker wieder. Puppi, geh bitte weg. Ja, lock sie von mir weg. Fuck. Oh Mann, das ist nicht dein Ernst, Katze. Runter hier. Muss hier runter. Muss ich hier runter. Oh. Die sehen alle aus wie Dobby. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Der ist gerade verrückt. Wir leben. Ich. Nein. Nein. Und gleich wieder tot. Oh. Nein, weg jetzt hier. Mein Gott. Das sind meine ganzen Sachen. Die. Ich. Was. Die. 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 Wett jeder könnte das nicht mehr noch nehmen. Eine. 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 Ok. Ok. Auch nö! Ja ich muss ganz... Oh Gott, hier sind ja überall Wäsche. Nein, kein Manker! Oh, wow! Wow! Wow, wow! Das ist doch immer die Kasse, der gerade tut. Nein! Oh Mann, ich verbiss mich, ich verbiss mich! Nein, mein Gott! Ich hatte aber so eine Wiederbelebungspotion, aber die hat mich gespielt. Was bist du eigentlich für ein kleiner, dreckiger Hundesohn, hä? Ja. Geh durch den Boden! Das was bringt, in die Mine zu gehen? Probier's aus! Das ist doch total bescheuert! Du hast ja noch nicht mehr Zeit, irgendwie dann deine Rüstung anzulegen! Nein, spreng nicht! Wir sind bei 20 Minuten jetzt gleich! Ich will, ich... Es zieht mich grad echt einen Scheißdreck, Minu! Das hat nicht... Da will ich einen Scheißdreck! Diese Information! Unsichtig! Die längste Folge von... immer... Ja, wir spawnen doch! Mein Gott! Das sind ja so viele! Das sind so viele! Fink damit! Wieso sind das so viele? Darum tun die uns so weh! Scheiße, Minu! Ohne ganze Sachen ganz schnell! Sonst sammle ich die ein! Hol sie! Hol sie! Na hau! Lass mich, Minu beleben! Los! Das will ich nicht ansammeln! Fahr! Fahr einfach! Ich scheiß... Man kann die damit ja töten! Noch ein paar! Oh mann! Ich hab auch ein paar, wenn die die toten! Oh, die können sogar durch Wände schießen! Die Arschgespricht! Ja! Ich hab die nicht! Das bohrt nicht mehr weg! Wir können nicht beenden, sonst ist schon unser ganzes Zeug weg! Ja! Das ist es ja! Die töten wir jetzt alle mit den Mindcarts! Ja! Das hab ich schon ausprobiert, aber... Das klappt hier irgendwie nicht so ganz! Hallo! Stand auf! Juuu! Juuu! Ich kündig euch! Oh! Jetzt bin ich halt! Das gibt's doch nicht! Wie ist das eine... Warum sind das so viele? Hallo! Ich sterbe gleich wieder! Ich sterbe gleich wieder! Die spawnen ja auch total viel! Das ist gar nicht! Das ist hundertprozentig die beste Folge ever! Das ist gar nicht! Das ist hundertprozentig die beste Folge ever! Das ist funny! Nein! Da kommen immer mehr und da hinten liegen meine ganzen Sachen. Ihr müsst eure Sachen jetzt mal da einsam und dann versuche ich ins Haus reinzugehen. Dort seid ihr sicherer als hier draußen. Naja, eher weniger. Ich habe da drinnen länger überlegt als hier draußen. Ich versuche jetzt mein Glück. Jaaaa! Vor der Tür getötet. Ich überfahre dich einfach alle. Jetzt spawn doch endlich. Mach mir den Weg, Frank! Mach mir den Weg, Frank! Ja, ich kann! Oh, Pessin! Die Koppisarmee wohl Pessin geht! Ja, dann müssen wir die Reste nicht noch töten. Und dann würde ich sagen, teilen wir unsere Sachen und dann... Ja! Super! Die Reste nicht töten! Ich will meine Sachen wiederhaben! Die liegen da so schön! Ich werde... Das Schlimme ist, ich wäre fast bei dem Seilverreck, dann hätte ich alles verloren. Ja, wir teilen uns dann die Sachen einfach gleich so auf, wie es war. Spreng doch einfach raus! Es ist der Wahnsinn, wieso kommt man aus diesem Mistdinger nicht raus? Ja... Ich hole einen Klick! Oh ja! Nein! でしょう. Não... Ich werde verweilen... Nein! D scenarios! Es ist der doch nicht noch mich kank presentiert. Einen im Haus. Ja, ich suche mal eben mein... Oh Gott, wo ist denn mein Schwert? Sagt bitte nicht, dass die Sachen irgendwie auch kaputt gehen oder so. Oder hat irgendeiner von euch mein Schwert? Nee, ne? Ich hab keinen Schwert. Ich hab zuletzt nichts aufgesagt, ich kann aber nachher gerne mal gucken. Ich fahr mal bis zum Ende. Der Penner hat das überlebt. Ich hab mein Bergarbeiterhemd. Ich hab meinen Tungstengray. Ich hab die Snowballcannon. Warte mal, warte mal! Das darf jetzt... Ich brems doch schon, seit Jahren schon. Komm her. Dankeschön. Und das hat ihr bestimmt auch gehört. Ist da. Warte, ich hab kein Plass mehr. Ich hab kein Plass mehr im Eventar. Pech. Ähm. So, ich glaub, ich hab alles, was ich brauchte. Dankeschön. Ich hab zum Glück den größten meiner... äh, den größten Teil meiner Sachen in eine extra Kiste reingetan. Weil ich das nicht immer verlieren wollte. Weil mir klar war, dass... die 10.000 Mal verrecken werden. Hast du denn noch ein paar Sachen aufgesammelt? Eisenbein-Schützer? Nee, Eisenbein-Schützer, das waren... waren das deine, weil ich hab Tungsten angehabt. Nein, hatte ich auch nicht die Dinger. Ich hab mal... Also, mir gehören sie nicht. Ich hab alle meine eigenen Sachen hab ich. Mit Schwert ist weg. Du Hurensohn, du wettloses, trickiges... Jetzt will ich hier raus. Ich will hier nie wieder hin. Meine Fresse, war das eine Scheiß-Aktion. Das war lustig. Das war eine Scheiß-Aktion. Das war lustig. Das nächste Mal, wenn da irgendwas steht, und dann kommt die Armee, baue ich mich irgendwo ganz einfach ein. Ja, ich baue mich dann auch ein. Das mache ich nie wieder. Wieso? Geh doch einfach ins Baumhaus. Ich glaub, da kommen die nicht hoch. Ich zieh nicht durch die... Ich werd auf alle Fälle die Türen zubauen, dass die, äh, nicht durch die Türen können. Zumindest, dann haben wir nur Probleme mit den Magiern. Geh einfach ins Baumhaus. Ich glaub, die kommen da nicht hoch. Die spawnen überall. Ah, boah, die anderen kommen nicht hoch. Also, es hat echt keiner von euch mein, ähm, Eisschwert gefunden? Ich habe kein Eisschwert. Ähm, okay. Eventuell, ähm... Meine Wolke in der Flasche oder den Blizzard in der Flasche. Ich habe nichts aufgeregt. Als ich meine Sachen Gold hatte, war ich... Das ist scheiße. Ich habe alles verloren. Ich habe... Ich habe noch nicht mal meine Spitzhacke mehr. Steig aus. Nein, nicht da runter. Der ist schon schon mein Zeug. Der ist da unten. Hm? Das habe ich immer alles da runtergeschmissen. Ich wollte es ihm holen, aber... Dann guck mal, ob da auch die Sachen dabei sind. Das ist ja der Scheiß. Der kann ja nicht irgendwie... Also, ich habe hier noch... ...Blizzard in der Buddel. Ja, das war mein... ...Blizzard in der Buddel. Wer seid ihr ganz unten? Blizzard in der Buddel. Nein, er ist draußen. Wo draußen? Ach, da hinten. Draußen. Oh! Da ist eine Tür. Und eine Yellow Marigold. Oh Gott, was ist das? Ihr Wiederbelebnisgetrank gehört mir auch nicht. Der hilft gar nicht. Der hat mich nicht wiederbelebt. Ich glaube... Kann ich euch umfahren? Ja, das war Club Coffee. Wer bist du eigentlich, Achtung? Das war dann echt vorbei gesprungen. Was soll ich mit den Steinen blöcken? Wieso wirst du mich... Dein... Hallo? Wieso geht die nicht runter? Links klick. Links klick. Ich drück beides. Ja, du musst links fliegen und nicht beides. Hey, die stärkt mich ab, die Schlampe. Töte den mal, ich geh'n nicht absteigen. Naaain! Nein, 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 nein. Schnell zum Haus, schnell zum Haus, schnell zum Haus, schnell zum Haus, schnell zum Haus. wieso rennst du weg wieso soll ich ins haus ich wollte mein zeug noch holen er hat dazu gebot welcher auch keine ahnung muss aber an angekommen wie viele kraftsteine darum stehen ich bin traurig weil all meine sachen sind weg koffi habe ich welches geben von dir scheinbar was koffi habe ich etwas gegeben was minu gehörte habe ich dir zugeworfen ja aber irgendwie mein schwert ist weg das eiswert meine plant jetzt habe ich noch echt noch was heißt das wochen bist du denn bis ich es wegwerf wo bist du denn draußen wo draußen warum bist du draußen da hinten ich will mein zeug holen ach so bevor wir den server ausmachen wir machen den noch nicht aus die folge wird die geht jetzt über langer mein gott ist dann halt überlänge scheiß doch ich habe auch eine überlänge ich hatte da lag doch gerade ein mana kristall so habe ich den denn nicht oh mein gott das sind so viele zombies aber das sind nur zombies die müsste man eigentlich platt kriegen können ja aber ich habe kein schwert also lass es lieber ich mache erst mal auf den killer damit er mir mein schwertchen gibt komm her ja geht nicht so nicht es brennt es brennt es brennt die viecher ich bin es nicht ich habe jetzt auch nicht mehr so viel gold durch diese goblins gemacht aber alles verloren ja ich habe mich eingewollt jetzt haben wir es wieder auf es verschwindet was mich auch stört ist einfach das bringt das ganze inventar das bringt irgendwie alles durcheinander das geht mir mega auf den sack ich will meine sachen wieder haben meine pöntin um achtes weg achtes wort ein ja das war meine warum lässt du die tue auf den weggeworfen oder nö ich habe sie angesteckt ja dann ist gut wo kommst du denn her ich hab alles den zombies und sie wollen uns weh zu kommst du eigentlich heute nochmal äh ich kann noch ein bisschen da oben ach so ok ja alles klar was eigentlich was wie viel uhr es eigentlich ist sind keine ahnung im spiel oder in real life in real life in real life ist es irgendwas nach null uhr ach weiß gar irgendwas wenn man als ich eine rauchen war da war das äh ne so und im spiel ist es gerade 11 uhr 30 am abend ach das interessiert doch keiner ich geh mal nach oben wie kriegt man denn ähm achja munition konnte man kaufen ne jo ja ich hab aber grad ein bisschen angst ah ok hier oben ist ja nichts los bei mir sind es alle er konnte ganze armee grad bei wem konnte man muni kaufen keine ahnung war das der hier ist es egal keine ahnung wo rein in den under-taker in ne 6 mm kommt ne 6 mm in ne 3 8 oder 3 irgendwas und ne 3 irgendwas ich hab jetzt 9 und 9 der hat n Zylinder auf der hat n Zylinder auf was er im werchen nen Zylinder auf ja ich hab was hast du ein zylinder zylinder was bringt er sieht nicht aus ich komme schon mich besuchen ja ich möchte meine sachen sie wird schon ungeduldig ja ich kann nicht anhalten links link ja ich habe sie schon mal gesagt das hätte da eben nicht gemacht ich habe ja auch alle gekillt dankeschön die panik geschoben hast du sonst noch irgendwas hat irgendwie eine schneewelle von euch gefunden wir haben zylinder schieß mal da runter ich sehe nichts schießt sie ist eingeschnappt wieso kommen die alle unterbassend hier auf der seite alle türen warte warte alles klar die fallen alle runter nicht gut in der wohnung wir lassen aber auch nicht viel geld fallen so hier tue ich jetzt nur das rein das 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 und da tue ich mir das rein das 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 und das und das und das und keine Ahnung was das so sind dass die mal klar machen hier wieder ins haus ich bin sicher ich fühle mich gut ich bin ich hier bin ich sicher oh man ins haus kommt da kann man dich machen ja schon könnten eigentlich machen wir sind bei 37 minuten ja dann sehen wir uns in der nächsten folge und sagen tschüss